hallo zusammen ich begrüße euch heute zu einem weiteren video des golschen schadsucher ich bin der markus und ihr seid heute wieder mit dabei bei einer suche im wald heute versuche ich mal wieder ein paar schöne römische funde zu machen ja wir haben jetzt mitte dezember ihr seht es ja am hintergrund und am boden bei uns ist es auch schon kalt und ja ich bin heute mal wieder mit dem deus 2 unterwegs den ich von meinem sponsor vom jochen reifenrad an dieser stelle jochen sei gegrüßt gesponsert bekommen habe ja und ja versuche mein glück heute mal wieder ja wie ihr sagt wir haben noch glück wir haben zwar minus temperaturn aber die sind leider noch oder vielmehr zum glück noch nicht im boden angekommen noch ist es gut hier zu graben ja zu den einstellungen kommen wir jetzt direkt im anschluss nach meinem intro also dann bis gleich jetzt kommen wir zu den einstellungen so ich habe hier mal was ich mit dem werksprogramm tief generiert habe wir gehen mal ganz kurz ins menü denn das habe ich auf 2.0 gesetzt deswegen wenn ihr den schon auf 2.1 setzt habt ihr schon einen tiefen verlust von mindestens 2 bis 5 cm je nach objektgröße weil dann schaltet sich der eisen vorfilter beim deus 1 bis 2.0 also ist er eigentlich deaktiviert so ist das auch beim deus 1 so ich habe ein dreiton programm aber so die töne die sind individuell wie ihr das mögt einstellbar ich habe natürlich meine vorlieben aber die muss ja nicht jeder haben so und jetzt gehen wir mal auf sens sens ist auf 96 die frequenzweiche habe ich weil ich das gerät schon eingeschaltet habe auf 3 stehen so und die eisen lautstärke auf 1 für die die jetzt neu sind deswegen weil wenn ihr mal ein kleines buntmetall neben einem eisenobjekt habt und ihr blendet jetzt eisen gänzlich aus auch im ton kann es sein dass das eisen das kleine buntmetall über maskierten somit auch da der ton weg ist deswegen immer auf 1 so die reaktionszeit habe ich auf 1 weil wie gesagt der deus 2 ist viel viel schneller in der signalerkennung als der deus 2 und somit habt ihr auch tiefe ab 1,5 verliert er schon wieder tiefe und ab 2 schon wieder was mehr also 1 ist das optimalste 0 würde ich keinen empfehlen wie gesagt könnt ihr machen wenn er ganz langsam ihr müsst auf jeden fall bei 1 schon auch ziemlich langsam schwenken was heißt langsam ihr könnt zwar zügiger schwenken als wie beim deus 2 aber wenn er zu schnell schwenkt denkt immer dran dafür ist die reaktionszeit ja da desto höher ihr die stellt desto schneller könnt ihr schwenken desto niedriger müsst ihr auch langsamer schwenken so da sind wir jetzt so jetzt gehen wir mal auf die signalverstärkung ein die signalverstärkung ist das immer was jeder denkt damit würde man tiefer detektieren nein es ist einfach nur so dass die töne von tiefliebenden objekten einfach nur lauter dargestellt werden wenn er sie zu hoch macht habt ihr hinter keinen unterschied mehr ob jetzt ein objektiv im boden liegt oder ganz oben an der oberfläche 5 ist wirklich die grenze die maximalste grenze die nur sich aber auch nur im wald auf dem acker immer auf 4 so jetzt hier in den expertenmodus rein vom disk mit handschuhen ist schlecht so den noch habe ich heute auf 20 eingestellt weil ich ja keine lust habe viel eisen zu graben den bodenfilter auf 1 könnt ihr auf null setzen würde ich aber nicht machen dann habt ihr wirklich interferenzen dauernd nur störensignale durch den boden also 1 ist für den wald eigentlich ausreichend in drei tonprogramm und kronkorken habe ich auf null so dann wie gesagt den boden angepasst über die ground balance hier mit dem pinpointer button der geht viel schneller als wie beim deus da oben rechts ins menü gehen und das waren die einstellungen für den heutigen tag so wie gesagt ich werde mich gleich mit dem ersten und brauche ich mal ich drücke mir selber erstmal die daumen und ja wie gesagt hoffe auf schöne punde und wenn nicht dann war es heute eben schöner tag im wald also bis gleich zum ersten so hier bin ich bei meinem ersten signal das ist ein 82 81 signal sehr stabil sehr laut wie ihr hören könnt ja zum glück wie gesagt ist der boden noch nicht gefroren aber haben wir länger diese temperaturen wird es auch im wald richtig kritisch werden zum suchen eine wurzel haben wir hier die müssen wir einfach dort dran oder daneben graben so ich hoffe dass ich habe direkt raus ja wir sind im haufen machen wir den haufen ein bisschen klein so jetzt haben wir ein stabiles 81 signal und müsste jetzt hier in dem bereich sein also das schöne beim deus 2 dadurch sehr stabile signale und die erste münze und ja das wird aus der kriegszeit hier können wir gucken ich glaube fünf pfennig sein sind doch diese ja genau diese rentenpfennige fünf pfennige sind ok dann sehen wir uns gleich beim nächsten und wieder bis gleich so da bin ich wieder hier haben wir ein schönes klares signal schwankt zwar manchmal ein bisschen aber so 87 zwischen 86 und 88 bleibt das hier stehen hier seid ihr mit dabei weiter nach oben glaube ich ja hierhin hier ist der boden wissen so das ist noch in der erde glaube ich müsste einfach hier in der ganze arm wo sein ja hier ganz positiv ich hoffe es ist die erste römer münze ja 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 der erste walz ist da also den ersten das darfst du noch im wald jetzt naja typisch ja 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 kann man nichts machen der wird wohl nix mehr sein aber daran sehe ich dass hier in der ecke richtig bin ja ok ich versuche mal ein bisschen sauber zu machen werdet ihr dann am schluss des videos ja sehen ob es mir gelückt ist na ich glaube bei dem der das ist schon ziemlich runter das ist auch hier der boden weil hier das ist ein nutzwald und früher könnten hier auch mal fichten drin gestanden haben alles klar dann bis zum nächsten so da bin ich wieder hier habe ich wieder ein 85er signal springt ein bisschen hin und her wenn man jetzt hier ein bisschen auf die erde guckt sieht man hier ist man in der in so einem kleinen trampelpfad drin und alles jungbäume so machen wir erstmal hier ein bisschen die erde frei erstmal alles frei machen so hier bin ich noch mal also ist das eingetreten was ich mir vorgestellt habe mein akku ist platt und die anderen zwei akkus weiß ich nicht die sind ja so ein bisschen weiter von mir entfernt meinen rucksack habe ich irgendwo abgelegt ich glaube ich muss heute das video wirklich wieder mit meinem telefon machen wie ihr sagt ich kann jetzt immer alles gleichzeitig machen hier haben wir das signal ein schönes 85er signal ihr seid beim graben mit dabei ich muss jetzt immer ein bisschen wechseln von einem zum anderen vom glück ist wie gesagt die erde nicht so so fest hier so jetzt wollen wir mal gucken ob er schon mit dem pinpointer ob der pinpointer schon das objekt bekommt ja tut mir leid leute aber ja gut sonst müsste ich heute das video aufhören also wir sind schon draußen ist glaube ich oder ja da vorne muss es bei sein lassen wir mal gucken ok die nächste römermünze so handschuhe aus ich hoffe man kann es gut erkennen das sind die typischen waldmünzen ich hoffe dass da noch was drauf ist aber wie gesagt das seht ihr hinterher zum schluss wie gesagt nochmal entschuldigung dass mir wiederholte mal mein akku schlapp gemacht hat ja hoffentlich hörtet die DJI die können mich ja mal sponsern mit drei neuen akkus ok dann sehen wir uns gleich beim nächsten signal wieder bis dann so leute hier habe ich wieder ein top signal schon im overload bereich fast hier sind wir an einer wahlkante können wir so mal gucken da steht man spate mit der guten DJI kamera die keine batterie mehr hat ich kann es nicht jetzt aber hier sogar 95 signal so machen wir erstmal die erde was weg ja ja ist das schon ne oder ne 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 hier haben wir es noch was weiter hier rüber ne und so tief ist das ja nicht so dann wollen wir mal mit dem pinpointer direkt dran gehen ach ok ihr seid nicht dabei ich lege euch mal grad beiseite oder versuche das mal so zu machen so die andere Seite pinpointer raus und dann gucken wir mal was das ist ja das ist scheiße wenn die kamera leer wird ja das ist scheiße wenn die kamera leer wird na 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 haben wir es doch schon ja jetzt wird die kamera immer aus ich otto hatte gar nicht die kamera an also jetzt haben wir das teil draußen ja die setze ich auch immer an aus an aus scheinbar durch die kälte also könnte tatsächlich ein arm reis reif sein und das könnte natürlich auch von riesen zügel oder ja vom leder sein aber das ding ist schon so groß wie eine handfläche ich würde eher mal sagen das ist ein arm reifen frauen oder ein kinder arm reifen also ein ganz ja ich sag mal ein ganz simpler aber es ist bronze und komplett ja unser großer unbekannter ich darf ihn nur bis zur hälfte so hier bis hin darf ich also ich kann nur auf den kleinen schniedelwurzel okay okay ist sowieso nicht für kinder geeignet meine filme ja okay ja das ist leider nur ja ich hoffe das ist einer ist auf jeden fall wenn ja hatte ich heute mal echt glück mit dem suchen hier an der stelle okay dann sehen wir uns beim nächsten fund wieder bis dahin ja so leute hier habe ich noch mal ein 85er 86er signal damit werde ich heute das video auch verändern und nachher bei der abmoderation werde ich euch die paar tunde zeigen die ich gemacht habe jetzt wird schon dunkel und ja wir sind schon hier wirklich da haben meter immer quer durch überall aber das signal nehmen wir noch mit und gleich kommt dann die abmoderation so ihr seid wieder mit dabei so ich bin mal wieder an den ausmachknopf ja das scheiße mit handschuhen und handy so wollen wir mal gucken ob wir es schon draußen haben ja das ist natürlich der spartenju den will ich nachdem mal weg ich glaube wir haben ihn draußen oder zumindest schon mal hoch gegraben okay muss ich wieder die hand wechseln den pinpointer rauszuholen und dann gucken wir nach was es ist da haben wir es schon ach ich seh es so das sind die typischen ja ich sag mal splitter von irgendwelchen stabbrandbomben weil auch hier in dem wald ist sehr viel mit militär gewesen früher ja ist leider so halt okay wie gesagt wir machen wir gleich schluss das ist das letzte signal und wir gehen dann mal richtung weg gleich und wenn wir dann zusammen packen mache ich die abmoderation für euch und dann zeige ich euch nochmal die funde okay bis nachher so da bin ich jetzt mit dem schluss des videos ja leute heute war ein schöner tag war zwar sehr kalt es ziehen jetzt gerade auch die temperaturen richtig gut an also wir haben jetzt bestimmt wieder minus 4 5 grad ich meine gut für einen der jetzt in bayern oder österreich wo und sagt darum meine güte was habt ihr für warme temperaturen aber hier sind schon in unserer region ziemlich kalt ja und es wird auch dunkel ja der tag ist vorbei waren zwar nicht viele funde dabei aber ich muss sagen der schrott hielt sich in maßen die funde natürlich auch aber dazu kommen wir jetzt so wie ihr sehen könnt hier unten das sind meine schrottfunde ein großer eisennagel ein paar kleine ja ich sag jetzt mal splitter musketenkugel ja und ein bisschen alu und jetzt kommen wir zu den guten funden ja einen diese sterzen sind aber die typischen malzesterzen ob da noch was drauf ist eventuell ein kleines ass oder ein großer volley dann die fünf pfennig renten pfennig aus den 14 jahren ja und hier der armreif also wie gesagt ich würde jetzt ja ich sag mal die hand wenn ich so durch quetschen würde drüber krähen im armreif aber ich denke mir mal wenn es einer ist ein frauen armreif oder ein kinder armreif ansonsten ist es ja ich sag jetzt mal vom ochsengeschirr oder vom großen geschirr also vom großen kaltblüterpferd aus der neuzeit also man kann dazu ja allem sagen was es ist aber da es in einem wallstück gefunden hat und ja wie gesagt da auch die römer stelle in der nähe ist tendiere ich mal dass es wirklich antik ist obwohl das kann alles mögliche sein na gut ja das jahr ist auch jetzt wieder zu ende wir haben jetzt dezember mitte dezember ich denke mir mal das video wird mitte januar kommen ansonsten vielleicht schiebe ich noch vor ein reinigungsvideo mal schauen so wie ich jetzt zeit habe die tage mal ein bisschen reinigen das nehme ich dann wieder auf für euch dann präsentiere ich euch auch wieder meine materialien dazu mein ja wie sagt mein silberreiniger meine silberpatina und mein restaurationswerk dann stelle ich euch mal meine werkzeuge dazu vor und ja alles so was ich benutze wenn ich meine funde sauber machen hallo zusammen ja mir ist gerade aufgefallen dass ja mein bildmaterial was ich jetzt bei der letzten suche gemacht habe nicht vollständig ist dafür muss ich bei euch entschuldigen das ist aus vollenden gründen wohl geschehen wir hatten an dem tag um die fünf grad minus aber das war nicht allein die kälte es war die feuchte kälte also also die fünf grad waren gefühlte 15 grad minus und da hat wohl ja fast meine ganze elektrik für video machen den geist aufgegeben sogar mein mobiltelefon das hat sich immer während des aufnehmens an und ausgesetzt und natürlich durch meinen fehler ich bin da wohl öfters mal an den an und ausschaltknopf gekommen ja nichtsdestotrotz darum mache ich es jetzt nochmal ja bei den bei dem suchgang sind ja ich sag mal drei wesentlich rausstechende funde gekommen darunter ein sester ja was ich in dem film vermutet hatte ein ass war es nicht ein volli in dem sinne auch nicht es ist ein silber antonian und vermutlich vermutlich ein bronze aber ein ganz einfacher schlichter es könnte natürlich sich auch um ja ich sag jetzt mal von einem ochsengespann von ja von dem lederwerk was der ochse um hat eben ein großer bronzerring sein aber wie gesagt das stach im ja ich sag mal in einem ball dieses objekt und da wo wir waren noch keine 20 meter hinter uns sind römische bauspuren gewesen immer wie gesagt es kann natürlich auch vom ochsengespann aus der römerzeit gewesen sein aber nichtsdestotrotz die sachen werden sowieso dem amt alle abgegeben weil ich eben einen suchauftrag für diesen tag noch hatte so um das ganze jetzt abzukurzen ich habe die sachen gereinigt aber ich wollte euch natürlich nach der reinigung zeigen wie man noch solche sachen die wirklich sehr schlecht erhalten sind nochmals aufwerten kann mit meinem restaurationswachs also für die leute die es noch nicht kennen ich stelle solche mittel her also wachse reinigungsmittel und patinierungsmittel für objekte und ja ich denke mir mal die nächsten videos oder das nächste video wird ein reinigungsvideo sein oder es kommt noch vor diesem film ein reinigungsvideo aber da muss ich mal schauen wie ich zeit habe also wie gesagt das ist jetzt hier mein selbst hergestellte restaurationswachs für bronze objekte natürlich kann man das auch für eisen benutzen nur ist dafür viel zu schade für eisen habe ich ein anderes wachs was ich auch vertreibe das ist ein mikrokristallines wachs was einen sehr hohen tropfpunkt hat das heißt ihr werdet nirgendwo im netzen höheren tropfpunkt finden oder härtegrad im wachs finden wie bei mir also das wachs hat da einen tropfpunkt also für das eisen fast von 95 grad und wenn das ausgehärtet ist oder bis zum kern durchgedrungen ist dann könnt ihr euch sicher sein dann passiert auch nichts mehr mit meinem aber das ist jetzt ein anderes thema wir wollen jetzt mal zu den punkten ich hoffe dass man das gut sehen kann das ist ein sesterz besser konnte man ihn nicht reinigen weil es eben ein wald boden fund ist und an dieser stelle sei noch mal gesagt in dem wald oder der wald ist ein nutzwald das war vor fichtenwald tannenwald der boden ist ziemlich sauer und dadurch ja diese patina oder was man noch als patina bezeichnen kann aber wie ihr sehen könnt es ist schwer zu erkennen was es überhaupt für ein sesterz ist oder welcher kaiser kaiserin oder was auch immer noch abgebildet wird das werde ich gleich natürlich euch zeigen wie man das noch mit dem wachs sehr gut hervorheben kann und vor allem danach bröselt nichts mehr das ist das vermutlicher ass gewesen wie gesagt ist ein silber antonian da hatte ich noch glück gehabt dass noch ein gutes stück der restversilberung drauf ist ja wie gesagt die zehn pfennig die ich zu anfangs gefunden habe ein bisschen sauber gemacht und zum schluss dieser armreif oder wie gesagt vom boxen gespann aber wenn man jetzt sehen kann ich könnte fast meine hand durchstecken also darum lässt es mich vermuten dass das ein frauenarmreif oder ein kinderarmreif ist ok wir werden jetzt gleich in den schnellen vorlauf gehen weil wie gesagt ich werde euch nur zeigen wie das ganze aufgewertet wird oder wie ich das ganze jetzt hier mache dass man es hinterher erkennt zum schluss des videos werden es wieder einzelne bilder geben von den funden und ich hoffe bei den nächsten außen videos die werden besser ich hoffe dass ich bis dann neue akkus habe ansonsten ja mal schauen wie ich das bewerkstellige also wir sehen uns gleich dann wieder bei der kompletten fund präsentation und jetzt gehe ich auf den schnellen vorlauf und ihr seht mir zu wie ich die objekte jetzt ansehen ich mache ok dann bis gleich so jetzt lassen wir die sachen circa 20 minuten trocknen und dann melde ich mich mit den objekten nochmal bei euch wieder und zum schluss die 20 minuten sind um das ist jetzt eingetrocknet und jetzt nehme ich euch wieder im schnelldurchlauf mit zum polieren und nach dem polieren werde ich einzelne bilder davon machen ja nochmal ein dankeschön an alle meine abonnenten an meinen sponsor jochen reifenrad von www.abenteuer-schatzen.de und nochmals entschuldigung für ja ich sag mal das grausame video oder den grausamen videoschnitt den ihr erleben müsst ja tut mir leid ich werde auch nicht viel schneiden in dem video ihr solltet so erleben wie es wirklich im wahren video leben eines marcus brüches ist das ist also nicht karsten konze sondern marcus brüche steckt dahinter ja aber wie ihr sagt besser geht es nicht und ich hoffe euch gefällt das gut ansonsten wir sehen uns dann beim nächsten video wieder also habt eine schöne zeit findet was tolles bis dahin noch einmal ja 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 ja